Native Power stellt den Wasserwirbler für den Obst- und Gemüseanbau und die Gewässerreinigung vor. Der Wasserwirbler hat sechs Besonderheiten, die ihn auszeichnen. Es ist besonders wichtig, dass ein breiter Wasserstrahl entsteht, der noch zusätzlich Sauerstoff aufnehmen kann. Die umfangreichen Funktionen, die hier beschrieben sind, zeichnen den Wasserwirbler von Native Power aus.